Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Adventure Map und Patrick hat sich versprochen. So, ich warte schon. Oh scheiße, ich habe die Aufnahmetaste vergessen zu drücken. So, wir werden heute zum... Nein. Zum... Äh... Vorher hat er mich heute Geburtstag. Oh Mann! Ja, vorher hast du halt Geburtstag. Oh, nee. Hat er jetzt Geburtstag auch noch nicht? Ey, Kosta, warte mal kurz. Du Hure! Noll, erst mal zu früh schiften. Hört mal meine Tastatur. Ja, ein bisschen, aber... Aber das war immer schon so. Du Stück Scheiße. Da bist du weit gesprungen. Ja, da bist du gar nicht gesprungen. Ja, jetzt komm, jetzt lass mal schnell die Chat. Nee, heute ist Kosta... Vorher hat er Geburtstag. Nee, wir dürfen halt nicht schlagen. Boah! Ich bin an dem Schlüssel vorbeigeflogen. Nein! Erst mal nicht springen. Hehehehe. Boah, ich bin voll motiviert heute, Alter, was Adventureland angeht. Motiviert? Motiviert gesagt. Ah, nicht gesprungen. Ich hab's gesprungen. Ich hab's gesprungen. Ich hab's gesprungen. Erst mal hier... Warte mal, erst mal richtig hinsetzen. Stuhl hoch. Lass er... Äh! Äh, lol. Nein, Alter, ist das ein hart-Natz-Sprung. Hart-Natz-Sprung. Da springt er nicht, ey. Warte, ich bin heute mal ganz ruhig, ja? Übertrieben. Lass... Lass... Fuhuert, sprech mir eurem Thema an. Nein! Na dann doch nicht. Mach! Ah! Und zwar? Ja, ich hab mir gerade zu dir gesagt, dass du das ein Thema ansprichst. Boah. Ja, was ein... Ja, ein Thema, das dir gerade einfällt. Warum bist du so eine Schwuchtel? Ja, mach du zuerst. Nein, nein. Okay. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich schlag dich heute nicht. Ich hab keine Wache. Ich will heute einfach mal ein bisschen mehr als ein oder zwei Challenges schaffen. Echt mal. Bin ich okay. Ich bin zu früh abgesprungen. Ich bin gar nicht abgesprungen. Oh. 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 Die Anfangsspringe sind ja mega easy. Aber die springe ich hier. Ich schalte da schon. Oh, jetzt bin ich... Ah, Mann. Ich glaube, ich probiere es mal mit Steuerung, nicht mit W. Nein! Ich bin nicht gesprintet. Hast gerade mein Bett abgebaut, bist du eigentlich behindert. Oh. Oh. Oh, sorry. Oh, lass doch mal. Oh, lass doch, lass doch. Das ist viel cooler. Ne, 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 ne. Mach mal nicht. Ich find's so viel angenehmer. Ach. Scheiße, ein Dreck. Diese. Warum musst du überhaupt die Betten wegmachen? Ich verstehe das gar nicht. Das ist doch viel einfacher, wenn du auf den Betten anfängst zu sprinten. Quatsch mit... Soße. Soße. Ja, nicht direkt vorm Bett abspringen. Du musst runter und sobald du unten bist, dann springst du. Genau. Ja, ich find's aber so einfacher, wenn ich hier mal was sehen würde. Boah, das war mega knapp gerade. Okay, ich probiere es jetzt mal mit Steuerung. Und dann kannst du normalerweise in allem machen. Oh. Sehr gut. Ne, die drei nicht. Ah, sehr gut. Sehr gut. Alter, ich komm's schon wieder. Yeah, ich hab's geschafft. Das ist unfair. Echt mal. Du bist unfair. Dann voll die Ping-Nachteile. Du bist so ein Spocken. Spocken. Ich bin jetzt runtergeflogen. Sorry. Kosta hat heimlich geübt. Was hab ich? Du hast heimlich geübt. Ja, natürlich. Was sagst du? Ja. Boah, Junge, Junge. Oh, Junge. Oh, shit. Den werd ich sowas von verkacken. Das ist der gleiche wie der davor auch. Alter. Ja, Furt hat's geschafft. Der ist easy. Und der ist noch easier. Oh, shit, geschafft. Sehr gut. Kasta, kannst du schnell machen, du hast du mit dir. Haben wir jetzt eigentlich noch die Regeln mit dem Traum versuchen? Wir haben die in der Regel noch nie gehabt. Okay. Wir wollten die mal einführen, aber Kosta war dagegen. Wir leben aber in einer Demokratie, ich bin dafür. Hast du bis, als ich ins Bett gelegt wurde? Ja, äh, nee. Oder doch, ich glaub, ich hatte mich schon ins Bett. So, jetzt machen wir die Challenge rückwärts. Okay. Jetzt unterhaltet doch mal die Leute, was ist bei euch? Ja, guck, ich mach die Challenge rückwärts. Dann unterhaltet ihr sie doch. Wer von euch schaut am kommenden Sonntag Superbowl? Das können die natürlich jetzt direkt antworten, die Zuschauer. Ich mein, euch. Ach so. Ich nicht. Ja, Kosta. Du bist so weit geflogen. Du bist halt scheiße. Oh, das ist die ganze Zeit der nächste Challenge. Du bist gerade selber runtergefallen. Ja, ich bin ruhig jetzt gelaufen. Die nächste Challenge ist die ganze Zeit der gleiche Sprung, Alter. Ja, aber mit, äh, Dinger, hier. Oh, shit. Mit was? Jetzt Patrick schafft das endlich mal. Das ist sogar die gleiche Höhe die ganze Zeit. Ja. Was war's, Kosta? Mhm. Kannst du was sagen? Äh, ich hab grad fett einen Guri-Sprung. Was ist? Ich glaube, ich esse es erst mal ein Stück Kuchen. Tomiert es nicht, wenn du frisst. Bei mir, ich muss auch noch mein... Oh, shit. Oh, shit. Ja, Patrick, behält dich mal. Ey, ich wollte es rückwärts machen. Ich hätte es sogar geschafft, Alter. Das ist nicht geschafft. Ja, aber ich mach's trotzdem noch. Weil du so kacke bist. Das ist, was du eh mega lang brauchen wirst. Ey, mit Störung ist echt tausendmal besser. Also, ich find das so zu zocken voll hässlich. Nein. Weil wie... Ich zocke auf einen 4 zu 3 Bildschirm. Das ist so scheiße, das so. Warum eigentlich? Mein Bildschirm ist am Arsch. Selbst gewusst. Komm, jetzt schaffst du's. Das ist jetzt easy. Der Rest ist easy. Das ist immer der gleiche Sprung eigentlich. Alter. Du bist so scheiße. Halt mal, euer Maul. Was ist das? Oh, fuck. Lass mal rennen. XP. Klong. Du brauchst ein bisschen mehr Erfahrung. Du schaffst nicht mal den ersten Sprung. Wie kack jetzt bist du? Das war's der zweite. Oh, fuck. Ja, Pfuh hat ohne... Schauen wir mal dem Pfuh, äh, dem Patrick zu. Dem Pfuh, äh. Wo ist ein Game Mode? Da, Game Mode 1. Warum nehmen wir eigentlich nicht LPT auf? Weil wir grad mega Bock auf Adventure mit haben. Ich bin dieser Nachabfrage nicht Antwort gekommen. Ich hab doch gesagt, weil wir grad mehr Bock auf Adventure mit haben. Das ist doch Antwort genug, oder nicht? Aber ich bin dazu nicht hinzugezogen worden, zu dieser Befragung. Wir leben in einer Demokratie. Nein, 2 zu 1. Du bist ja nicht online, dass man dich fragt. Echt mal. Ja, zum Glück gibt's kein WhatsApp, oder? Ja, man schreibt ja, wo du antwortest. Na klar, antworte ich. Ah, Mann. Du hast nur zu viel gesprungen. Ich bin Kuster, ich bin so cool. Ich mach dir ganze Challenge nochmal. Hab ich gar nicht gesagt. F*****, aber das können wir als nächstes. Nur weil wir es können uns nicht. Jetzt hör auf, die ganzen Erfahrungspunkte von Patrick anzudommen, Kuster. Der braucht die. Sonst ist er zu kack jetzt. Boah, wie lange sitzen wir eigentlich schon an der Drecks Adventure Map hier, ey? Ja, wir haben einen da... Äh, doch. Wir haben einen da fast gar nicht dazu. Ja, trotzdem. Also, wir haben schon für immer schon länger als ein Jahr. Okay, Patrick schafft's jetzt. Macht jetzt richtig geil auf den... Äh, ich komm gleich wieder, ich hab Besuch. Und jetzt kommt er ganz gediegen auf das Gitter hier drüben. Hast du es mit Steuerung gemacht oder mit Doppel-W? Mit Steuerung. Gedrückt halt und dann einfach los, oder? Ja. Läuft bei mir, Bitch. Und der nächste ist übertrieben einfach. Und das ist jetzt nochmal der gleiche wie da grad, nur dass du halt nicht auf den Kasten zu rennst, sondern auf so eine... Scheiße. Oh, die Tasche bin ich viel lockerer. Ja. Man sieht's. Ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Ich hab vorhin einige Tests gemacht. Oh, wie geil gerade. Was ist los bei dir? Ja, ich hab's ein bisschen eingestellt. Oh, Mutter. Hm? Ich hab ein bisschen was eingestellt. Was hast du eingestellt? Pegel und alles und Abstand zu meinem Maul. Alles mögliche, was man einstellen kann. Es wird jetzt auf jeden Fall so gar nicht mehr rauschen. Echt so? Ja, darum hab ich ein Mischpult jetzt. Darum wollte ich's mit dem Mischpult jetzt mal probieren. I'll be back. I'll be back. Hast du meine Erfahrungspunkte vermisst? Aber du gehst da mit dem Kammel und auf den Sack, weißt du was? Das ist der Sinn davon. Komm ich hier mal auf, damit du's vielleicht schaffst. Komm, Alter. Patrick sogar Fuhrat hat's geschafft. Was soll das heißen? Ihr seid sonst immer die beiden, die aufgeben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hab's jetzt nicht so oft aufgegeben. Nein. Okay, komm, Patrick. Das ist jetzt... Der Rest ist jetzt easy. Do it! Ich hab da voll keinen... Das ist easy. Das ist ein zwei nach oben... Zwei nach vorne, einer nach oben Sprung, Alter. Boom, Junge. Oh, Junge. Okay, jetzt mach... Neid, und dann leg dich hin. Boah, ich weiß, dass ich die nächste Challenge sowas von verkacken werde. Oh shit. Mach Neid. Was, du machst Neid? Mach Neid. Ja, dann halt nicht. Hey, bist du im Game-Mode, Patrick? Warum bist du im Game-Mode? Ja, lol. Habe ich mir da nicht hinlegen wollen. Mach Neid machen und so. Musst du nicht in Game-Mode gehen. Echt mal. Wollen wir da Game-Mode weg? Ich fang schon mal an. Dann mach mal Nacht. Ja, gib doch ein Slash-Time-Set-Night. Echt mal. Time-Set getrennt, Night auch getrennt. Okay. Bitch. Nein. Alter, du Stück Scheiße. Könnte auch wieder Tag machen, gell? Bis on the day. Okay. Oh, der Lynch geht mir jetzt schon auf den Sack. Die ist echt kacke. Ich hasse es immer, wenn man immer den gleichen Sprung machen muss. Darf man das auch? Ich habe ne Idee, wie ich das mache, glaub ich. Ich auch. Na, ich glaube einzeln ist er richtig kacke. Aber du musst durch sprinten. Das geht nicht. Du musst durch. Ich probier's jetzt. Mann, Alter. Machst du auch eine Taste, Kosta, oder machst du es mit Doppel-W? Jetzt mach ich Doppel-W. Weil das ist so ein Durchding. Alter, ich komm nie zum Absprung, sonst würde es vielleicht sogar klappen. Nein. Zu spät. Zu spät. Ah, doch. Doch, ich glaube, es ist einzeln machbar. Ja, aber mega krass, scheiße und schwer. Nee. Ich lasse erstmal Fuhrt vor, damit ich dann auch was sehe. Einfach nicht springen geht auch. Nein! Mega öde. Patrick steht einfach um. Lol, du scheißt bei mir voll nach hinten, Patrick. Du schaust bei mir nach hinten, Kosta, wenn du läufst. Also dein Charakter läuft drückwärts bei mir. Ja, bei mir auch, bei Patrick. Kosta, du machst es, ähm, wie machst du das? Hat ein Lied im Kopf. Ich probiere es gerade nach Gehör zu machen. Aber, weil wir so laut sind die ganze Zeit, höre ich es nicht. Okay, pst. Geißte. Du hast immer... Pst. Brat. 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 Nein. Der erste Sprung, ey, der natscht mich übel, ey, da laufe ich immer drüber. Ich soll nochmal kurz mal ein bisschen natschen. Alter, fuck. Du bist so früh. Fuck you. Ja, Patrick, tschüssi. Dann fängt das schon an. Was fängt das schon an? Zu stinken. Zu lachen. Ah, Mann! Oh, jetzt habe ich nichts gehört wegen der Furat. Sorry. I'm ready for party wrap. Leute, ineinanderlaufen ist gar nicht gut. Ich höre nichts übernehmen die ganze Zeit, aber ich müte mich gleich. Dann hör mal auf die zu muten, was ist los bei dir? Ich muss hören. Fuck you, Alter. Ich muss den Sound meiner Schritte hören. Mach dir noch kurz ein Scheißchen. Alter! Scheiße, zu spät abgesprochen. Ich wette, wenn ich mich mute, dann schaffe ich's. Nee, du mutest dich jetzt nicht. Doch, wenn ich's noch zweimal verkackt, dann mute ich mich kurz.